Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Unboxing. Ihr seht es, das tolle Weekend in Paradise liegt hier auf meinem Tisch und endlich kann ich es auspacken. Ich habe das jetzt ungefähr eine Woche jetzt hier schon liegen, also ein bisschen mehr als eine Woche, denn ich wollte das jetzt in Ruhe auspacken und ich habe auch gesagt, wenn ich das auspacke, dann machen wir gleich das Kitting-Up dazu und natürlich auch noch eine Probe-Paint-Runde, das lasse ich mir heute nicht nehmen. Und ja, mein Besuch ist jetzt wieder weg, dann war mein Urlaub zu Ende, ich habe wieder angefangen zu arbeiten, dann hatte ich leider auch einen Migräneschub bekommen und jetzt geht es wieder einigermaßen und jetzt gibt es kein Halten mehr, jetzt machen wir dieses schöne Paket auf. Das ist wirklich groß. Das Bild hat nämlich eine Größe von 93 cm mal 70 cm, also die kürzeste Seite ist 70 cm, das ist ganz schön viel. Das ist übrigens unser Bild. Weekend in Paradise von Abraham Hunter mit eckigen Steinchen und ihr seht auch schon diesen super schönen Holo-Effekt vom Karton. Der Karton ist noch eingeschweißt und ja, die DRC Kartons sind wirklich richtig, richtig schön. Wir haben hier hinten auf der Rückseite auch noch eine kleine Anleitung, wie es geht in Englisch und wir haben hier auch noch mal eine Auflistung, was alles in unserem Kit mit dabei ist. Es ist wieder ein Komplett-Kit. Also wir haben die Premium-Leinwand mit drin, wir haben Harzsteinchen, wir haben einen Stift mit einem Squishy, eine Multi-Blaser und eine Pinzette. Wir haben zwei Werksplättchen, ein Schiffchen und wiederverwendbare Tütchen, also Zipptütchen. Und wir haben ein Inventarblatt mit Pre-Cut-Sticker-Labels, also mit Stickern, die wir direkt auf unsere Döschen machen und das finde ich sehr gut, denn im Kitting-Up werden wir unsere Döschen direkt wieder hier in den tollen Koffer mit einsortieren, den ich zu dem Bild von meinen Mädels mitbekommen habe. Deswegen können wir da heute richtig toll loslegen und ich freue mich total darauf. Diamond Art Club ist eine super Firma und ich liebe sie. Ich liebe die Bilder, ich liebe die Qualität und ich bin megamäßig davon begeistert. Das kostet sein Geld auf jeden Fall, aber dieses Geld ist es auf jeden Fall wert. Also schwätzen wir mal nicht länger und ich habe mein Skapell hier. Wir schneiden mal die Folie auf. Ich finde es übrigens immer richtig gut, dass die Bilder nochmal eingeschweißt sind. Wir haben zwar dadurch ein bisschen mehr Müll, aber wenn mal ein Karton vor die Haustür gestellt wird und es wird nass, dann sind unsere Bilder geschützt. Sie werden nicht nass und ja, das hat natürlich auch seinen Vorteil. Weil so eine nasse Leinwand ist, dann glaube ich auch nicht schön. So, also wir knistern mal und befreien unser Bild. So, da ist es. Also der Karton ist wirklich riesig und ich finde es echt, echt schön. So, dieses Bild wollte ich unbedingt haben und habe mir gesagt, irgendwann kaufe ich mir das. Als es rausgekommen ist, war es mir einfach zu teuer, muss ich wirklich sagen, weil ich aktuell im Sparmobus bin. Aber ich habe gesagt, irgendwann, wenn es wieder geht, würde ich es mir bestellen. Ist direkt auf meine Wunschliste gelandet und ja, jetzt muss ich es mir nicht mehr kaufen. Dank meiner Mädels. Also damit hätte ich nie gerechnet, nie im Leben, dass ich so ein Hammerbild zum Geburtstag geschenkt bekomme. Ich bin happy. Okay, wir holen mal alles raus, was wir so schönes drin haben. So. Ich habe gesagt, es ist immer super verpackt. Ihr seht auch, die Leinwand ist extra nochmal in der Tüte mit drin. Wow, und es geht ganz schwer raus. Wahrscheinlich wegen der Steinchen. Muss man ganz schön ziehen. So. Und da ist es. Und auch unser kleiner Sticker, finde ich richtig gut. Und unser Toolkit. Wir haben hier ein altes Toolkit mit dabei. Das ist aber nicht schlimm. Und wir haben ein Toolkit für eckige Steinchen. Denn da ist immer noch eine Pinzette mit dabei. Toolkit schauen wir uns dann gleich mit an. Das ist unser Sticker. Da ist unser Bild nochmal mit drauf. Das ist immer sehr schön. Den Sticker kann man sich zum Beispiel auf dem Karton tun, dass man dann direkt von der Unterseite sieht, was da drin ist. Ich nehme diesen Sticker allerdings für mein Diamond-Painting-Logbuch, was ich von der lieben Heidi bekommen habe. Und ja. Also. Wir packen jetzt aber mal hier unser Bild aus. Diamond Art Club. Do what makes your sparkle. Also ich liebe diesen Slogan, weil es stimmt einfach. Mach, was dich zum Glitzern bringt. Und bei mir ist es in der Tat das Diamond-Painting. So. Holen wir mal unsere schöne große Leinwand mit raus. Und die Leinwand ist wirklich riesig. Ich werde euch das Bild jetzt auf den ersten Blick gar nicht komplett zeigen können, weil mein Tisch einfach zu klein ist. Ich werde die Leinwand dann wieder unten auf den Boden legen und oh Gott. Ihr Lieben, schaut euch jetzt schon mal alleine nur hier die Farben an. Ist das nicht bombastisch. Wir haben ganze 63 Farben. Das ist mega viel. Und es sieht so schön aus. Da kommt die Hütte. Hier haben wir auch schon die Delfine in der Unterwasserwelt und ein paar kleine Fischis. Oh Gott, sind die Farben schön. Das Bild ist fast so riesig wie der Winter am See. Und das ist der Hammer. Schaut euch diese Menge an Steinchen an. Wir haben auch AB Farben dabei. Und zwar glaube ich, ganze vier Stück oder ganze drei Stück. Werden wir dann gleich sehen. Gucken wir uns auf jeden Fall mit an. Auf jeden Fall schaut euch die Farben an. Sieht das nicht schön aus. Und es sind alles Harzsteinchen. Es ist traumhaft. Also schöner kann ein Sommerbild wirklich nicht sein. Denn ich bin absolut verliebt. Und ich freue mich, wenn wir das dann heute sogar noch mit anpainten. Wir haben auch wieder eine kleine Step-by-Step-Instruction mit dabei. Die brauchen wir allerdings nicht. Wir wissen ja, wie es geht. Aber finde ich immer gut, dass das mit dabei ist. Für Leute, die halt noch komplett neu sind im Diamond Painting. Und das ist unsere Legende mit dem Stickerbogen. Das heißt, wir können hier unsere Sticker direkt abmachen und auf die Döschen kleben. Da haben wir dann die Farbnummer. Also zum Beispiel dann hier das A ist die 63. Unser Symbol natürlich. Das A und unsere DMC-Nummer. Finde ich wirklich gut. Und dadurch lässt sich ein Kitting ab. Super easy machen. Und hier drüben haben wir auch nochmal einen großen Sticker. Den kann man sich zum Beispiel in seinem Diamond Painting-Lockbuch machen. Allerdings werde ich den großen da nicht reinkleben. Oder ich werde mir das vielleicht ausschneiden. Das werde ich mir nochmal überlegen. Aber ich glaube, ich werde für mein Logbuch diesen kleinen hier verwenden. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, also ich freue mich dann auch schon, dieses Bild in mein Logbuch eintragen zu können. Und ja, da bin ich auch schon ein bisschen aufgeregt. Und hoffe, dass ich da ordentlich schreiben werde, weil dieses Logbuch ist so schön. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal ganz in Ruhe die Steinchen an, das Toolkit an. Und schauen uns auch die AB-Farben an. Ja. Und dann schauen wir uns die Leinwand an. Die Leinwand werde ich unten auf den Boden legen, dass ihr natürlich nochmal einen kompletten Überblick habt. Jetzt nehme ich euch nochmal kurz runter, um euch diesen super phänomenalen Druck zu zeigen, weil der ist wirklich spitzenklasse. Also ich bin verliebt in das Bild und freue mich, ja, im Sommer so ein schönes, großes Projekt bearbeiten zu können. So, also es wird jetzt mal ganz kurz wackeln. So, da haben wir unser Bild. Da haben wir unsere Wasserschildkröte, die Delfine, kommt der Wasserspiegel, das Haus, die Palmen und der tolle Sonnenuntergang. Jetzt gehen wir mal runter, um uns den Druck anzuschauen. Und ihr seht, der sieht super aus. Was ich an Diamond Art Club auch so liebe, wir haben so ein ganz feines, zartes Raster, was wir überall sehen. Was aber auch dann beim Legen nicht auffällt. Und der Druck ist so super klar. Man erkennt auch, dass die Leinwand ein bisschen glitzert. Da bin ich auch absoluter Fan von. Ja, ich bin ein Verpackungsopfer, wenn es glitzert, wenn es schön ausschaut, dann bin ich da einfach ein absoluter Fan von. Ich zeige euch nochmal den Druck von der Hütte. Da haben wir ja ein bisschen dunklere Druck, dunklere Hintergrundfarben. Aber das sieht alles wirklich bombastisch gut aus. So, ich hole euch dann jetzt ein bisschen mit runter und wir gucken uns mal die Steinchen an. Kommen wir nun zum Toolkit. Die Toolkits von Diamond Art Club, egal ob die jetzt alt oder neu, sind einfach super. Man hat wirklich alles dabei, was man braucht. In dem Fall haben wir hier eine ganze Menge an Zipptütchen für unsere Steinchen. Wir haben natürlich einen Stift und ein etwas deformiertes Wachs. Das kann aber vorkommen, das ist normal. Und noch ein Wachs. Ein Schiffchen, ein Squishy und noch einen Piersetzer und natürlich eine Pinzette. In den neuen Toolkits sind die Wachsplättchen sogar in einer Dose drin. Dazu gibt es noch zusätzlich einen Coverminder und ein Waschi-Tape. Ja. Aber wie gesagt, das ist das erste Mal, dass mir sowas vorkommt. Aber man kann das trotzdem super verbinden. Das ist wirklich nur eine ganz kleine Ecke, die ein bisschen defumiert ist. Aber das ist kein Wunder, weil so viele Steinchen passiert das einfach mal. Ja. Unser Stift ist ein ganz einfacher in Blau. Das finde ich cool. Ich finde die Blauen besser als die Rosanen. Ich mag Blau einfach mehr. Wir haben sogar einen praktischen Squishy mit dabei. Und der sitzt auch schön. Manchmal sind Squishys ja einfach ein bisschen, ja, ausgemudelt. Und die rutschen dann, wenn man dann drücken will, so hoch und runter. Der sitzt wirklich gut. Wir haben auch ganz praktisch einen Mehrfachsätze mit dabei. Einen Vierer. So einen, den ich sogar ich mit nutze. Und den macht ihr dann einfach hinten drauf. Und schon ist euer Stift komplett. Mehrfachsätze und einen Einzelsätze. Aber meistens setze ich jedes Steinchen einzeln. Denn Diamond Painting ist für mich ein absolut beruhigendes Hobby. Und ich muss nicht schnell fertig werden mit meinen Bildern. Ich genieße es. Und ja. Aber nichtsdestotrotz, an und wann, gerade wenn die Steinchen gut sind und die Qualität stimmt, nutze ich auch meinen Mehrfachsätze. So. Unser Schiffchen ist so ein durchsichtiges, kleines mit Schnabel. Was ich immer sehr gut finde, bei den meisten Bildern, also gerade bei Snackbildern, hat man ja die einfachen grünen mit dabei. Die sind noch ein bisschen kleiner und haben vorne keinen Schnabel, sondern sind vorne zu. Und in denen legen sich die Steinchen auch nicht so gut. In den Schiffchen legen sich die Steinchen sehr, sehr gut. Ihr seht die Schiffchen öfters mal bei mir in Paint With Me. Einfach aus dem Grund, wenn ich die dann hier irgendwo hinstelle, dadurch, dass die so schön transparent sind, sieht man noch ein bisschen was von der Leinwand. Und aus dem Grund nutze ich diese Schiffchen sehr gerne für Paint With Me's. Dann nimmt nämlich das Schiffchen nicht so viel von der Sicht auf die Leinwand für meine Zuschauer. So. Was haben wir noch dazu? Eine Pinzette. Pinzetten finde ich immer richtig gut. Hier haben wir eine schöne, starke Edelstahlpinzette. Und die geht auch wirklich schön leicht. Die hat nicht so einen sehr starken Zug. Liegt sehr angenehm in der Hand. So. Also so. Pinzetten kann man eigentlich nie genug haben. Freut mich immer, wenn da eine gute Pinzette mit dabei ist. Ja. Das war unser Toolkit. Tun wir mal wieder alles zurückpacken. So. Solche Zipptütchen hebe ich mir übrigens immer auf. Manchmal, wenn ich ein bisschen ausmiste, habe ich relativ viele. Die werfe ich dann nicht weg. Auch wenn ich bei Bildern Zipptütchen habe, die ich dann aussortiere, wo Steinchen drin waren, sammle ich die. Und ich stelle die dann immer bei Ebay-Kleinanzeigen so zur Abholung, zur Verschenken mit rein. Die gehen immer relativ schnell weg, weil es gibt so viele Menschen, die einfach nach Zipptütchen suchen. Und ja, bevor ich die weg werde, gebe ich die lieber weiter. Auf die Art. Und ja, finde ich dann immer sehr praktisch. Also ich mag Zipptütchen immer mehr als zum Beispiel diese kleinen 200er Tütchen. Das ist so das Einzige, was die R10 noch machen könnte. Ähm, dass sie Steinchen direkt in Zipptütchen bringen könnten. Das wäre einfach noch der Hammer, wenn das irgendwann noch kommen würde. Ähm, ja. Also wir knistern mal eine Runde und holen mal unsere, unsere Mega-Ladung an Steinchen da raus. Und gucken mal an, was wir da so Schönes haben. Ach so, ja. Auf unseren Steinchen steht auch nochmal unser Bild, unsere Bildnummer. Also falls ihr, ähm, wenn ihr ein Bild bekommt und die Steinchen, ähm, anders lagert, äh, als eure Leinwand. Zum Beispiel, ihr hängt eure Leinwand irgendwo auf oder rollt sie irgendwo auf. Dann könnt ihr die Steinchen wegpacken und die Steinchen sind trotzdem gut beschriftet. Finde ich immer, ähm, wirklich gut. So, also. Holen wir uns die Steinchen an. Das ist so mega viel. Ich fange jetzt einfach mal irgendwo an. Wir haben hier ein wunderschönes sanftes Gelb. Und schaut euch die Steinchen an, von der Qualität her. Die sehen so schön aus. Und die haben wirklich eine perfekte Qualität, finde ich. Das Lila sieht auch richtig toll aus. Das ist mal eine Farbe. Dann machen wir ein schönes sanftes Gelb. Das ist schon fast ein bisschen pastellig. Da haben wir ganz so zwei Tötchen drin. Ein schönes Rosa. Das ist eher so ein Altrosa. Jetzt kommt eine Farbe für mich. Die 3810. Ein Petrol. Und nochmal ein wunderschöner, dunklerer Lila Ton. Und schon haben wir den ersten Strang fertig. Kommen wir zu einem Strang mit kleineren Tüten. Was ich übrigens auch richtig schön finde. Das auf den Tütchen von Diamond Art Club auch nochmal Diamond Art Club mit draufsteht. Und der Slogan, Do what make your sparkles. Da sind wir wieder dabei. Ne? Verpackungsopfer. Ich mag das einfach, wenn alles so liebevoll ist. Und ja. Hier haben wir ein wunderschönes Babyblau. Ein Peach. Ein richtiges saftiges Grün. Und auch hier schaut euch die Steinchen an. Na, also das nenne ich Qualität an grünen Steinchen. Wir haben ein Braun. Ein blaustichiges Grün. Und das, oh, das ist wieder so richtig meine Farbe. Ich glaube, die Farbe habe ich auch in einem großen Pack AB-Steinchen. Also ich habe nicht viele AB-Steinchen, aber die Farbe hatte ich mir mal, da habe ich mir mal ganz schön viele AB-Steinchen geordert, weil ich die Farbe einfach so super fand. Dann die 155, ein schönes Lila. Ein Taub. Und wieder ein Grün. Dann ein richtig tolles Rot. Das ist auch eine richtig tolle Farbe. Dann ein, ja, es ist fast eine Art Petrol, aber ziemlich graustichig und ziemlich dunkel. Aber das ist wirklich ein dunkles Grau mit riesengroßen Einschlag ins Blau-Grüne. Nochmal so eine altrosa Farbe. Ein Orange, was ein bisschen so ins Bräunliche geht. Die 900, das ist so eine Art Rostrot. Nochmal ein Braun. Und das krasseste Rot, was wir haben, die 666. Also, ne, also die DMC-Nummer passt so super zu der Farbe. Also, richtig, richtig gut. Der Teufel ist ja auch rot. Dann ein Braun. Nochmal ein Altrosier. Und hellblaue AB-Steinchen. Sind sie nicht schön? Und auch die AB-Steinchen sind hier in Harz. Finde ich richtig, richtig gut. Weil viele Anbieter haben ja AB-Steinchen in Acryl. Und DAC hat aber selbst die AB-Steinchen in Harz. So. Falls es übrigens mal vorkommt, dass ich beim Reden AB und Acryl verwechsel, bitte, bitte, habt Nachsicht mit mir. Ich bin da manchmal einfach ein bisschen, ja, verwirrt. Und ich kann auch mal direkt sagen, wir haben vier AB-Farben. Denn hier kommt schon die nächste, ein schönes Orange. Dann haben wir ganz viel Weiß in AB. Dann kommt dann hier ein normales Braun. Und auch hier glitzern die Steinchen. Das ist das Schöne an Harz-Steinchen. Dass nicht nur die Qualität halt und die Form und Größe relativ gleichmäßig ist. Im Gegensatz zu Acryl. Nein, sie glitzern auch mehr. Dann haben wir hier nochmal ein dunkles Weiß in AB. Und das ist auch eine ganz schön gefüllte Tüte. Nochmal ein Rosa. Ein wunderschönes Petrol. Das ist auch eine sehr schöne Farbe. Dann zwei vollgefüllte Tütchen mit einem richtig krassen Orange. Und natürlich ein Grün für die Palmen. So, also zwei Stränge haben wir noch vor uns. Das sind so mega viele Steinschen. Da haben wir auch ein schönes Mint. Ein schönes sattes Mint. Das ist die 993. Dann haben wir hier ein Braun. Dann zweimal ein dunkler Braun. Nochmal ein dunkles Grün. Das ist so ein Waldgrün. Die 912 ist auch so ein schönes, sattes, sehr starkes Grün. Allerdings schön hell gehalten. Dann eine Farbe, die wieder in Taupe mäßig geht. Also ein braun-orange. Nochmal Taupe. Nochmal ein dunkler Grün. Ich denke mal, die Farbe kommt viel in der Hütte und dann am Himmel teilweise auch mit vor. Dann die 3811. Auch ein schönes Blau. Ganze drei Farben. Ich denke mal, das ist so die Hauptfarbe von unserem Wasser. Dann nochmal ein braun. Nochmal ein schönes Blau, die 807. Und nochmal ein tolles Orange. Also wirklich, wirklich gut. Und da kommen wir auch schon zum letzten Strang. Da haben wir nochmal Orange. Nochmal ein schönes Gelb. Natürlich wieder Blau mit dabei. Das ist auch wieder so eine schöne, starke Farbe. Also die Farben von dem Bild, die sind wirklich der Hammer. Ich bin sowas von begeistert. Das werdet ihr jetzt im Sommer häufiger sehen. Bei Paint with Mees ist das Bild. Noch ein schönes Blau. Ganze drei Tütchen. Dann ein schönes Grün. Ganz viel Lila. Eine Tüte. Zwei Tüten. Drei Tüten. Vier Tüten. Vier Tüten von dieser tollen Farbe. Ein helleres Lila. Nochmal ein Mintblau. Oder ein Blau, was ein bisschen... Richtung Mintblau. Ein wunderschönes Lila. Die 333. Ich sehe gerade, ihr seht alles auf dem Kopf. Nochmal ein schönes Orange-Gelb. Die Farbe, die ist halt auch echt schön. Und da seht ihr noch mal die Steinchen. Also das ist traumhaft. Die Qualität. Ich freue mich jetzt schon richtig drauf, das Bild vorzubereiten auf das Kitting-Up. Ja, das wird... Mich juckt es jetzt wirklich in den Fingern, das Bild vorzubereiten und eine Paint-Probe zu machen. Das machen wir auf jeden Fall, auch wenn wir erstmal so den Winter am See fertig machen werden. Im Übrigen könnt ihr mir auch auf Instagram folgen. Da poste ich immer öfters mal kleine Fortschritte zu meinen Bildern. Und bei diesem Bild, habe ich mir vorgenommen, werde ich wirklich sehr häufig einen Fortschritt posten wollen. Ich blende euch hier jetzt nochmal meinen Instagram-Namen ein. Und da könnt ihr mir sehr gerne auch folgen, wenn ihr wollt. Kommen wir jetzt zur kompletten Übersicht zu dem schönen Bild. Also ihr seht schon an den Seiten die mega lange Legende. Wir haben sie sowohl oben links als auch unten rechts wieder, was ich sehr gut finde. Wir haben natürlich auch unseren Slogan wieder. Do what makes your sparkles, diamond art club. Dann haben wir hier unten im Eck auch wieder unsere Lizenz mitstehen. Und nochmal eine kleine Bildvorschau. Pasting Area, DAC, dann die Nummer, Weekend in Paradise, die Größe und der Künstler. Und dass es ordentlich lizenziert ist. Rechts unten haben wir unsere Garantie. Dass wir eine lebenslange Garantie auf der Leinwand haben. Unsere Legende ist auch wieder richtig gut gedruckt. Schön groß. Also da erkennt man alles wirklich perfekt. Und ich zeige euch nochmal. Hier diese ersten vier Farben. Das seht ihr, das sind keine normalen DMC-Nummern. Alles, was unter den DMC-Nummern anfängt, ist bei DAC eine AB-Farbe. Die 155 ist schon eine DMC-Nummer und deswegen ist das keine AB-Farbe mehr. Aber hier die ersten vier, das sind AB-Farben. Und das freut mich mega. Ja, es ist wirklich traumhaft dieses Bild. Und auch die Leinwand ist wieder sehr florischig. Und ihr seht auch wieder diesen schönen abgesteppten Rand. Das ist halt auch das, was ich absolut liebe an Diamond Art Club. Die Leinwand hat einfach eine mega, mega gute Qualität. Und der Druck, den hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt, ist ein absolutes Träumchen für mich. Also die Erzählbilder lassen sich für mich einfach komplett traumhaft liegen. So. Schön, oder? Und ganz ehrlich, ich bin so gespannt, wie dieses Bild fertig aussehen wird. Es ist einfach nur so, so schön. Die kleine Wasserschildkröte ist einfach so süß. In dem Eck übrigens, also entweder da unten oder da oben in dem Eck, werden wir übrigens die Paint Probe machen. Ja. Eine riesengroße Liebe. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem Kitting-Up. Ich habe mir alles Wichtige zusammengesucht. Meinen kleinen Tischmülleimer, den mache ich mir direkt mal auf. Den habe ich auch extra nochmal geleert. Ich habe meinen Trichter. Ich habe eine kleine Schere. Wir haben unsere Legende mit den Stickern. Und ich habe auch meinen Koffer hier schon bei mir stehen. Dadurch, dass wir 62, nein 63 Farben haben, habe ich mir nochmal einen 30er Koffer mit dazu genommen. Und ich werde einfach auch Farben, wo ich ein bisschen mehr habe, dann wahrscheinlich einfach zwei Döschen füllen. So. Da werde ich dann allerdings so machen, dass ich das Symbol von dem zweiten Fläschchen dann einfach hier auf so einen Sticker mitmache. Okay, wir fangen aber erstmal an mit so Tütchen, wo nicht ganz so viel drin ist. Wo wir dann auch wirklich wissen, da reicht ein Döschen aus. Diese Nummern sind hier, oder die Farben sind in den Strängen nicht nach DMC sortiert. Mindestens normalerweise. Wir gucken mal. Ja, die sind komplett durcheinander. Das ist nicht schlimm. Ich sortiere mir das dann später. Wir haben ja hier zum Glück auch die Seriennummer mit draufstehen. So. Wir fangen mal an mit der ersten Farbe. Und die erste Farbe ist eine AB-Farbe. Nämlich hier dieses wunderschöne helle Blau. Freut mich, dass AB auch mit höchstwahrscheinlich im Wasser mit dabei ist. Das ist schon mal sehr cool. So. Gucken wir mal. Ja, mein Trichter geht auch wunderbar. Seid ihr überhaupt im Bild? Ja, ihr seid sogar perfekt im Bild. Das ist schön. So. Ein paar Nachbarn trampeln gerade ein bisschen rum. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber es ist Wochenende. Weil da darf man natürlich auch ein bisschen lauter sein. Und in meiner Wohngegend gibt es wirklich etliche Kinder. Und deswegen stört mich das gar nicht. Das Einzige, was mich meistens stört, sind eher so, ja, wenn über mir zum Beispiel der Bass zu laut ist. Das ist wirklich eher dann doch sehr unangenehm. So. Und schon haben wir die erste Farbe fertig. So. Gut, ich gehe jetzt trotzdem aber vorhin erstmal von vorn nach hinten vor. Meine Tütchen, wenn die dann leer sind, kommen dann direkt in den Tischmühleimer. Und wenn der dann voll ist, tue ich den meistens dann mal so ein bisschen zwischenleeren. Ja, also so einen Tischmühleimer kann ich für solche Sachen immer nur empfehlen. Genauso wie eine kleine praktische Schere. Ich nutze hierfür zum Beispiel meine Knopflauchschere, die ich eigentlich zum Wickeln von meinem Verdampfer habe. So, jetzt müssen wir aber gucken. Die 3.733. Das ist die Nummer 46. Damit ich hier nämlich nicht durcheinander komme. Passt. Und unsere Sticker gehen auch richtig gut auf die Döschen drauf. Das ist auch schon mal ein riesengroßer Vorteil. Meine Steinchen sind auch aktuell nicht elektrostatisch geladen. Mindestens die ersten zwei Farben, die ich jetzt hier umgefüllt habe. Das ist schon mal sehr gut. So, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich lege das schon mal so ein bisschen da, wo ich es kann, schon mal ordentlich rein. Jetzt haben wir hier ein Brau. Ja, wir haben heute Samstag. Und ich bin endlich wieder einigermaßen fit. Wir hatten ja einen riesengroßen Wetterumschwung. Letztes Wochenende konnte ich ja noch ein Gartenwirkenpokus drehen. Und jetzt schneit es bei uns eine Woche später. Das habe ich leider von meinem Schädelweh gemerkt. Und wenn ich Migräne habe, oder wenn es mindestens eine richtige Attacke ist, dann dauert die leider immer ziemlich lang bei mir. Auch jetzt so in diesem Fall wieder. Ich war wirklich von Mittwoch bis Freitag eigentlich außer Gefecht gesetzt. Da ging dann nicht viel. Freitag ging es schon wieder ein bisschen besser. Aber dadurch, dass ich nicht nur Schädelweh habe, sondern auch Übelkeit und mit Aura zu kämpfen habe, ist das einfach eine echt unangenehme Sache. Ja, so. 49. Okay. Umso schöner ist, dass es jetzt wieder ein bisschen aufwärts geht. Ich bin auch die Tage nach der Migräne zum Beispiel immer noch ein bisschen, wie soll ich sagen, angeschlagen. Das heißt, ich bin heute auch noch nicht komplett fit. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil, wie soll ich sagen, ich habe ja jetzt zum Glück das Wochenende. Ich mache jetzt die Tage auch nicht viel. Ich werde ein bisschen pehnten. Ich werde ein kleines bisschen was in der Wohnung machen. Aber ansonsten werde ich das Wochenende wirklich relaxen, sodass ich am Montag wieder wirklich fit bin. Und meine Videos, gerade so lange Videos wie das jetzt, drehe ich dann eh meistens über ein, zwei Tage. Und da habe ich auch keinen Druck. Und notfalls drehe ich das auch über mehrere Tage. Oder mache mal eine Zwischenpause. Also, ich mache mir mit den Drehen von Videos wirklich nie Druck, denn Druck bringt in so einer Sache gar nichts. Ich wollte jetzt nur gucken. Das ist aber wirklich die 666. Ich glaube, die 999 gibt es als DMC-Farbe auch gar nicht. So, was haben wir jetzt hier? Die 436. 436. Das ist die 9. Die 9. Da haben wir sie. Ich bin so gespannt auf das Bild. Ich habe beschlossen, wir fangen unten in der Meeresecke an. Unten links. Ich werde über die kurze Seite painten, nicht wie beim Winter am See über die lange Seite. Dadurch komme ich hier mit meinem Tisch auch viel besser klar. Der Tisch ist ja 80 cm breit. Und meine Leinwand ist 70 cm von der Paintingfläche. Und dann passt das richtig, richtig gut. Oder nee, ich glaube, 90 cm ist sogar mein Tisch breit. Ja, 90 cm. 90 cm passt besser. Ihr seht, ich bin noch verwirrt. Aber ich bin auch verwirrt, weil es halt draußen schneit. Ich war jetzt schon so im Frühlingsfeeling. Und jetzt auf einmal kommt wieder Schnee runter. Das ist eine verrückte, verrückte, verrückte Welt. Ich habe gerade noch ein bisschen Mittagsschlaf gemacht, nachdem ich jetzt hier den Rest gedreht habe. Ja genau, also das müsste die 900 sein. Die 600 haben wir nicht genau richtig. Ich tue mich bei solchen Sachen immer noch mal ein bisschen vergewissern. Was ist wo und wie. Denn ich bin ein ziemlicher Schussel und ich kann echt gut rumschusseln in meinem Leben. Deswegen, wenn ich dran denke, versuche ich einfach gewisse Sachen einfach ein bisschen gewissenhafter zu machen. Allerdings, ich muss auch dran denken. Ich denke nicht immer dran. Und dann, ja, genau in solchen Momenten passieren mir dann die blödesten Fehler. So, jetzt ist mir ein Steinchen aufgrund blöder Haptik von mir zur Seite gesprungen. Aber, wie gesagt, ich habe keine elektrostatischen Steinchen aktuell. Finde ich mega gut. Ich mache jetzt auch nicht das komplette Kitting-Up übrigens mit euch zusammen, sodass ich rede. Ich werde dann einen großen Teil im Speedpainting machen. Und wir hören uns dann auf jeden Fall noch mal zum Probepainten. Weil das muss heute sein. Ich fange in einer schönen Ecke an, so mit Korallen und Wasser. Und, ja, da bin ich sehr gespannt. Und da kommt dann auch relativ schnell in der Nähe eine Wasserschildkröte. Aber ich weiß nicht, ob ich da heute so viel painten werde. Weil, ich habe mir nämlich ganz fest vorgenommen, dass der Winter am See jetzt im April noch fertig werden soll. Und, ja, das wird sportlich. Das wird wirklich eine sportliche Leistung. Also, wenn im April schlechtes Wetter ist, umso besser für mich. Einfach nur aus dem Grund kann ich in Ruhe painten. Ohne schlechtes Gewissen, dass ich dann drin sitze. Denn so große Bilder und teure Bilder wie von DAC und Diamond Painting Deutschland, die pinte ich nicht draußen. Ich könnte mich ja auch hier zu Hause an meine große Biertischgarnitur setzen. Aber das mache ich nicht. Große, teure Bilder, die mache ich immer drin, weil ich da einfach wirklich zu viel Schiss habe, dass doch mal was passieren könnte. Ich habe so viele schöne Snackbilder, wenn ich wirklich mich raussetzen möchte, dann nehme ich da kleinere Bilder oder halt von einem günstigeren Anbieter. Wo es mich dann nicht so ärgert, falls doch mal was passieren würde. Weil, passieren tut schnell mal was. So, 976. Das ist wieder ein braun. Und das ist die 39. Ja, die Döschen sind wirklich, die sind wirklich gut. Ich glaube, das wird mir wirklich richtig Freude machen. Wenn ich jetzt nicht alles umfüllen kann, werde ich es auf jeden Fall so machen, dass ich die Tütchen dann mit Waschi-Tape zumache und dann oben in meinen Koffer wieder mit rein tue. Genau. Nochmal der letzte Kontrollblick. Und schon kann das Döschen weg. Ja. So wird es laufen. Und dann haben wir hier noch ein schönes Rosa. Und die Steinchen, die sind echt, die sind so schön. Ihr könnt mir ja auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, weil das sind so Sachen, die mich wirklich interessieren. Mögt ihr das so in Kitting-Up? Oder tut ihr auch sehr gerne selber Bilder vorbereiten? Also für mich ist es wirklich was Wunderschönes. Ich mache das absolut gern. Und es macht mir auch mega Freude. Aber ich kenne auch Leute, die mögen das gar nicht. Schreibt mir das doch gerne mal unten rein. Ich werde auf jeden Fall immer an und wann mal ein Kitting-Up drehen. Nicht zu jedem Bild. Aber wenn es mal passt, von der Zeit her und von der Lust und auch vom Licht, dann werde ich euch immer mal wieder zu einem Kitting-Up oder einem Kitting-Down mitnehmen. Ein Kitting-Down habe ich auf jeden Fall in nächster Zeit geplant. Nämlich von meiner Sukkulente. Die ist jetzt fertig. Die habe ich dann ohne euch fertiggestellt. Ich habe da auch kein Zeitrafer gemacht. Aber ich möchte euch das fällige Bild natürlich zeigen, damit ihr das auch seht, weil ich ja wirklich sehr von der Sukkulente geschwärmt habe. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, okay, zeige ich das euch und mache direkt dann ein Kitting-Down noch mit, wie ich meine Steinchen wegräume. Weil da möchte ich auch noch ein bisschen was ändern in meinem System. Und das werde ich dann euch, ja, das werde ich dann einfach mit euch bequatschen, wenn ich das dann mache. Und dann sage ich euch, wie das bei mir so ablaufen würde. Und wie ich mir mein chaotisches Steinchen-Laber so vorgestellt habe. Denn ich muss sagen, es kommen wirklich mit der Zeit ziemlich viele Steinchen zusammen. Und aktuell habe ich ja noch rund und eckig zusammen. Und ich will das auf jeden Fall trennen, rund und eckig. Das habe ich für mich so beschlossen. So, jetzt bin ich aber gerade am überlegen, das ist die 10er, das sind die 20er, das sind die 30er, das sind die 40er, das sind die 50er. Ach, halt. Ja, da bin ich jetzt total durcheinander gekommen mit meiner Planung. Und nehme ich hier die 20er und die 30er kommen nämlich da rein. Also, ich tue schon gerade alles so einigermaßen erstmal nach DMC, nämlich sortieren. Jetzt habe ich aber nach 10, 20, 30, 40, 50 einsortiert und nicht nach einstellig 10er, 20er, genau. So, aber passiert. Ihr wisst, wirr kann ich immer gut. Und das meine ich mit, ich muss mich immer mal bei gewissen Sachen einfach konzentrieren. Ich bin, ja, was Konzentration angeht, echt übel drauf. Aber ich stehe dazu und dadurch bin ich halt, glaube ich, auch so ein kleiner Chaos-Mensch, so eine kleine Chaos-Jule. Und gerade weil ich halt dieses Chaos habe, versuche ich halt dafür in anderen Sachen in meinem Leben da einfach ein bisschen mehr Ordnung oder einfach nochmal exakter zu sein als, ja, als andere vielleicht. Einfach, weil ich sonst weiß, ich werde dem Ganzen nicht her. So, aber auch da werde ich in nächster Zeit stark an mir arbeiten. Denn ich möchte da wirklich ein bisschen was anderes machen. Ich habe das einfach gemerkt, als ich bei mir jetzt aufgeräumt habe und ausgemistet habe und meinen Frühjahrsputz gemacht habe. Es war einfach übel. Ich kann mich ganz schlecht konzentrieren. Ich kann ganz schlecht da irgendwas am Stück machen und vor allen Dingen auch nicht effektiv. Das dauert bei mir alles viel zu lang. Und ich schweife immer wieder ab. Ich konzentriere mich nicht richtig und mache dann wieder andere Sachen. Oder, ja, anstatt es zu machen, mache ich dann eher mehr Chaos. Vor allem mehr Chaos in meinem Kopf. Und deswegen, ja, möchte ich in der Hinsicht ein bisschen was an meiner Art ändern. Also nicht an meiner Art, an meiner menschlichen Art. Ich bleibe, wie ich bin, auf jeden Fall. Aber an meiner Arbeitsweise, an meiner Herangehensweise, in vielen Dingen möchte ich einfach ein bisschen was tun. Und ich bin mal gespannt, ob mir das gelingen wird. Ja, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, was macht ihr, damit ihr euch besser konzentrieren könnt. Und, ja, was macht ihr für ein strukturiertes, äh, oder, ja, was macht ihr für Sachen, damit ihr zum Beispiel ein strukturiertes Leben habt. Das würde mich mal auch sehr interessieren. Denn da bin ich, äh, für Tipps immer sehr, sehr dankbar. So, jetzt haben wir schon fast den ersten Strang fertig. Ich würde sagen, wenn wir diesen Strang fertig haben, dann gehen wir in das Zeitraffer. Aber ich würde sagen, in Speedpainting. Aber Speedpainting ist es ja nicht. Wir tun ja Steinchen sortieren. Hm. Ja, ein bisschen Unsinn quasseln. Das kann ich auch gut, indem ich einfach Sachen verdrehe. Aber ich glaube, da bin ich auch nicht allein. Ich glaube, das geht vielen, vielen anderen genauso. Na gut, okay, wir haben doch noch ein bisschen viel. Ich würde sagen, wir machen noch drei Farben. Und dann gehen wir aber ins Zeitraffer. Ich will ja auch noch ein bisschen was zu bequatschen haben, wenn wir dann painten. Ähm, jetzt haben wir die 451. Und wie gesagt, ich bin gerade sowas von glücklich und zufrieden, dass wir keine elektrostatisch geladenen Steinchen haben. Das heißt, ich muss hier nichts mit einem Trockentuch machen. Ich muss hier, äh, keine Steinchen irgendwie nass machen oder ins Gefrierfach legen oder, oder, oder. Ich kann die wirklich super einsortieren und reinschütten. Das ist für Harzsteinchen, ähm, jetzt nicht so alltäglich. Im Übrigen könnt ihr davon ausgehen, wenn Steinchen elektrostatisch geladen sind, dass es Harzsteinchen sind. Weil ich glaube, Acrylsteinchen, die sind eher nicht so elektrostatisch geladen. So, die 155, das ist die 5. Geht sehr gut. So, jetzt. In dem Fall hatte ich jetzt kurz ein elektrostatisch geladenes Teilchen, so ein Steinchen. Das ist immer, wenn die Steinchen, ähm, noch an der Tüte kleben und nicht raus wollen. Und seht dann, okay, die sind irgendwo ein bisschen geladen. Das liegt dann aber meistens an der Temperatur oder, oder, oder. Bei mir ist jetzt wirklich der Fall, ich habe ja das Paket schon länger bei mir. Das ist schon länger auf, ähm, Zimmertemperatur. Hat jetzt keine großen, äh, Temperaturschwankungen mitgemacht die letzten Tage. Und dadurch ist es auch, ähm, ja. Dadurch kann es auch sein, dass die halt nicht elektrostatisch geladen sind. Hätte ich das vielleicht vor einer Woche gemacht, hätte es anders sein können. Nicht müssen, aber hätte anders sein können. Ja, das weiß man, äh, im Vorfeld eh nie. So, das ist, oh, das ist so eine schöne Farbe. Schaut mal, das ist absolut, das ist absolut Jule. Judith, schau dir jetzt an unsere Farbe. So schön, die 3814. Ah ja, das ist, glaub ich, die Farbe, die ich auch als AB-Farbe habe. Ja, ich glaub, das ist auch die Farbe, die ich bei meinem Katzenjangel als AB im Hintergrund dann genommen habe. Wo ich da das komplette Grau gegen eine AB-Farbe getauscht habe. So, das ist die 55, kommt auch gleich an seinen Platz. Ja, gut ihr Lieben, also ich hau mal das Zeitraffer rein. Und wenn ich fertig sortiert habe, zeige ich euch natürlich das Ergebnis. Ah, guerners. Ah, guerners. Ah, guerners. Ah, guerners. Pa-pa-ra-pa-pa Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa Pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa. Pa-pa-ra-pa-pa-pa So ihr Lieben, ich habe es geschafft. Ihr seht, es wird schon ziemlich dunkel. Wir haben es, glaube ich, so halb sieben. Meine Legende ist leer. Alle Sticker sind jetzt hier in dem blauen Koffer. Und es ist wirklich eine Farbpracht. Oh, jetzt bin ich an mein Ladekabel gekommen. Ich habe gewackelt. Ihr seht, hier sind noch ganz viele Steinchen oben mit drin. Das sind alles noch Zue-Tüten. Einige Tüten, da war so viel drin, das habe ich gar nicht alles in ein Döschen bekommen. Diese Steinchen habe ich dann hier in diesem 30er-Koffer noch mitgetan. Ich brauchte ja eh noch einen zweiten Koffer. Wir haben 63 Farben. Der blaue Koffer hat Platz für 60 Farben. Also 60 Döschen. Und dann haben wir hier nämlich noch die 61, 62, 63. Und ich hatte wirklich Glück. Alle Steinchen, die ich noch aufteilen musste, haben in die restlichen 27 Döschen hier in dem Koffer dann noch gepasst. Ja, und ich finde es toll. Also ich bin sehr zufrieden, wenn ich das immer so ordentlich sehe. Es ist auch alles schön nach DMC sortiert. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit der Paint-Probe. Ich habe mich entschlossen, ich fange hier unten in dem Eck mit der Wasserschildkröte an für die Paint-Probe. Da haben wir auch schon ein bisschen was, was wir sehen. Also es wird eine etwas größere Paint-Probe. Das wird heute sozusagen mein Abendprojekt werden. Und vielleicht auch noch ein bisschen was von morgen vom Tag. Ich weiß nicht, wie weit ich dann heute kommen werde. Aber ich habe ja Zeit mit meinem Video. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Und freue mich jetzt hier hinten oder hier unten in diesen schönen Eck anfangen zu können. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Und ich hole mein Light-Pit. Und dann wird geklebt. Okay. Ich habe mir jetzt hier schon ein bisschen was abgeteilt. Insgesamt soll die Paint-Probe so groß werden. Ich habe mir nämlich vorgenommen, ich möchte die Wasserschildkröte mitkleben. Dann sehen wir schon ein bisschen was. Ich fange jetzt erstmal hier unten an. Ein bisschen in Ruhe. Und ja, also es wird eine etwas größere Paint-Probe. Ich glaube nicht, dass ich das heute alles schaffe. Aber morgen ist auch noch ein Tag. Und dadurch, dass ich das Video jetzt erst für nächste Woche geplant habe, kann ich das ruhig machen, dass ich mir ein bisschen mehr vornehme. Und ich würde sagen, wir legen los. Wir schneiden uns das erste Feld frei. Ich mache das immer so, dass ich mir meine Felder, je nachdem, meistens mit Waschi-Tape markiere. Und das schneide ich mir dann ganz vorsichtig mit so einem Bastelskapell frei. Allerdings sollte man bedenken, dass man da sehr vorsichtig schneiden muss. Man kann nämlich auch ganz schnell einfach mal durch die Leinwand durchschneiden. Das ist natürlich dann nicht gewollt. Und deswegen muss man da dann wirklich ein bisschen Vorsicht walten lassen. Nicht zu viel Druck. Lieber nochmal nachschneiden, wenn es nicht ganz geklappt hat. Und dann ziehe ich einfach die Folie ab, lege die zur Seite. Eventuell wird man ja nicht fertig, dann will man die Folie wieder drauflegen. Dann solltet ihr allerdings beachten, dass man so eine Folie, diese durchsichtige, dann auch wieder genauso drauflegt, wie man sie runtergenommen hat. Wenn man das dreht, kann es sein, dass die Folie dann so stark auf der Leinwand klebt, dass man sie kaum noch abbekommt. Ist nicht bei allen Folien so, aber bei ziemlich vielen. Und wenn ich schon die Farben sehe, das ist so toll. Da freue ich mich jetzt total drauf. Ich habe alles da. Ich habe mir den Stift von der Pichu geholt. Ich habe auch die kleine Ablage. Später mache ich mir dann noch die Kerze an. Aber da warte ich, bis es dunkel ist. Und ich würde sagen, suchen wir mal uns die erste Farbe raus. Ich fange hier hinten an. Und da ist das ein Pfeil. Ich muss jetzt ein bisschen anders denken, denn eigentlich ist unten jetzt da. Ich habe das Bild halt gedreht, damit ich halt das ordentlich auf meinen Tisch legen kann. Und wir haben jetzt, müssen wir mal gucken, hier diesen Pfeil, die 45. Guck mal nochmal, 45 ganz genau. Ich vergewissere mich gerade am Anfang, wenn ich ein neues Bild mache, wenn ich da die Symbole noch nicht so kenne, immer nochmal auf der Leinwand meistens, ob ich dann auch richtig bin. Weil manchmal hat man einen Pfeil, der geht nach rechts und dann hat man einen Pfeil, der geht nach links. Und dann verwechselt man das ganz schnell mal. So. Schütteln wir uns die Steinchen zurecht. Jetzt zeige ich euch mal, wie schön die Steinchen hier drin liegen. Es ist halt leider schon ziemlich dunkel, aber ihr seht, das sind wunderschöne Steinchen. Ich habe jetzt überlegt, mache ich komplett Licht an, aber ich habe es mal gelassen. So seht ihr hier ein bisschen noch was durch das Lightpit vom Motiv. Und ich werde ja jetzt nicht ewig lange quasseln, nur ein bisschen und werde dann ins Speedpainting wechseln. Wenn die Paintprobe fertig ist, zeige ich die euch dann natürlich auch bei Tageslicht. Das wird heute Abend eh nichts mehr, dessen bin ich mir schon sehr sicher. Und deswegen machen wir das dann in Ruhe morgen früh oder übermorgen. Je nachdem, wie lange ich für dieses ganze Areal brauche. Ich lasse mir daher immer Zeit. Und ich kann euch nur sagen, die Steinchen legen sich super, also richtig, richtig schön. Wichtig ist, dass ihr auch die Steinchen von DAC nicht zu eng aneinander legt. Diese Steinchen haben auch immer ein kleines bisschen Lücken, deswegen immer einfach richtig schön in die Mitte von den Symbolen. Dann habt ihr immer ein kleines bisschen Platz und keine riesengroßen Lücken irgendwo. An den Seiten überstehen. So. Aber ich finde es immer relativ gut, wenn man ganz kleine, feine Lücken hat. Einfach aus dem Grund. Da kann dann halt einfach nichts ploppen. Denn ich habe lieber ein paar Lücken, anstatt dass hier mir die Steinchen wegploppen von der Leinwand. Aber ich hatte ehrlich gesagt noch nie ploppende Steinchen bei einem Bild von Diamond Art Club. Noch nie. Das macht richtig Spaß. Was wir vorhin noch nicht getestet haben, ist übrigens die Klebkraft. Also ihr seht, die Leinwand hebt sich leicht. Es ploppt schön. Die Klebkraft ist super. Man kann die Steinchen auf der Leinwand noch ein bisschen hin und her schieben, falls man sich doch ein bisschen verklebt hat. Das ist möglich, aber trotzdem ist die Klebkraft schön sticky, aber nicht zu sehr. So, dass man halt doch nochmal ein bisschen was verbessern kann. Also genau richtig. Ja, es ist, es macht Freude. Es macht absolut Freude und es ist wirklich wunderschön zu legen. Also ich glaube, dieses Bild, das wird für mich ein richtiges Fest. Ganz, ganz toll. Und hier unten haben wir sogar ein bisschen zwei oder ein bisschen vier. Das heißt, wir haben hier im Eck dann auch schon AB-Farben mit dabei, was natürlich für die Paint-Probe auch sehr toll ist. Das heißt, wenn wir dann hier fertig sind, seht ihr auch schon ein kleines Areal, wo AB-Farben dann mit eingesetzt sind. Auch einmal hier rund um die Schildkröte ist viel AB mit dabei. Das ist richtig gut. Haben wir uns ein schönes Eck ausgesucht zum Anpainten. Ihr werdet dann auf jeden Fall noch ein bisschen warten müssen, bis wir dieses Bild weiterkleben in Paint-With-Mes. Einfach aus dem Grund. Der Winter am See muss erstmal fertig werden. Dadurch, dass das hier mein Sommerbild ist, möchte ich natürlich mein Winterbild vorher abschließen. Nichtsdestotrotz musste ich heute die Paint-Probe machen. Es ging nicht anders. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie es dann rauskommen wird. Ich habe mir jetzt erstmal noch kein Waschi-Tape an die Seite geklebt. Das werde ich dann später noch nachholen. Aber das war jetzt wirklich einfach so dieses, ich muss jetzt loslegen. Ich möchte wissen, wie sich die Steinchen legen. Wie sind die Steinchen? Und wie klappt das natürlich auch alles? Ich kann nur sagen, ein Traum. Ein absoluter Traum. Ein Traum, den ich mir so schnell nicht hätte erträumen können eigentlich. Weil ich für mich war mir sicher, ich werde mir das Bild irgendwann holen. Dass ich es jetzt aber zum Geburtstag geschenkt bekomme von meinem Lieben, damit hätte ich null gerechnet. Ich war mir sicher, dass sie mir was Schönes aussuchen und dass sie mir was Schönes schicken. Aber dass es, ja, dass es dieses Bild wird, hätte ich im Leben nicht damit gerechnet. Na, also ihr seht, bei mir ist es auch manchmal so, dass ich dann doch ein Steinchen ein bisschen schief setze. Bei mir ist es meistens so, anstatt dass ich jetzt hier mit dem Stift dann riesengroß hin und her korrigiere, nehme ich mir immer die Pinzette. Manchmal mache ich das auch so ein bisschen mit dem Stift, wenn es nur so ein bisschen ist. Oder vor allen Dingen, wenn da schon Steine in der Nähe sitzen. Aber es sind noch keine Steine in der Nähe. Korrigiere ich immer mit der Pinzette. Ihr wisst, ich klebe langsam, ich klebe in Ruhe. Ja, und dann klappt das eigentlich auch immer ganz gut. So, na. Der Stift von der Pichu ist übrigens ganz, ganz toll. Mit dem kann man, der liegt schön in der Hand. Ich mag ja so breite, schwere Stifte total. Die sind für meine Hand meistens am besten. Manchmal, wenn ich lange und viel geklebt habe mit einem schweren Stift, muss ich dann doch mal auf einen leichteren wechseln. Aber das ist auch kein Problem. Das ist halt das Schöne, wenn man dann doch ein bisschen eine Stiftauswahl hat. Und man hat mal Probleme mit den Händen. Probiert einfach mal dann zwischendrin einen anderen Stift aus. Es hilft ziemlich oft, dass man dann doch noch ein bisschen weiterkleben kann. Oder dann halt am nächsten Tag, falls die Hand noch ein bisschen schmerzt. Aber es kann ja vorkommen. Ich kenne das selber. Oft übertreibt man es dann einfach ein bisschen mit dem Kleben. Also jedenfalls ich. Ich weiß noch die Zeit, als ich da mal zum Beispiel an der Luzi geklebt habe. Oha. Da habe ich teilweise 10 bis 14 Stunden am Wochenende an dem Bild gesessen. Weil ich es ja dann auch fertig haben wollte. Weil es ein Geschenk werden sollte. Und ja. Das habe ich dann gemerkt. Im Rücken, im Nacken und auch in der Hand. Und seitdem mag ich das eigentlich weniger, auf Termindruck zu pähnten. Und seitdem lasse ich mir auch wirklich mehr Zeit dann pähnten. Ist wirklich so. Also ich fange dann, wenn ich weiß, okay, ich muss irgendwas fertig machen, weil es ein Geschenk werden soll. Oder vielleicht irgendeinen anderen Grund hat. Man macht vielleicht doch mal bei einer Challenge mit. Dann versuche ich mir einfach mehr Zeit für das Bild zu nehmen. Oder ja, dass ich halt eher anfange. Bei Challenges geht es natürlich nicht. Da hat man einen vorgeschriebenen Rahmen von der Zeit her. Aber wenn ich jetzt wüsste, okay, ich mache jetzt ein Geschenk. Dann werde ich das einfach so machen, dass ich, wenn ich was verschenken möchte, einfach wirklich rechtzeitig für mich anfangen werde. Dass ich halt auch mal damit rechnen kann, okay, ich tue mal zwischendrin noch ein anderes Bild kleben. Oder, oder, oder. Ja. Nein, das geht, das geht perfekt. Lässt sich sehr schön liegen. Wie gesagt, wir haben minimale Lücken zwischen den Steinchen. Die Steinchen, die sitzen hier nicht absolut krass direkt aneinander. Das ist aber normal. In dem Fall wirklich echt immer schön die Steinchen direkt mittig aufs Symbol. Und dann klappt das richtig schön. So. Und schon haben wir die erste Farbe fertig, würde ich sagen. Ich kann jetzt zurück hier ins Döschen. Und wir suchen uns die nächste Farbe heraus. Na, da haben wir einen Deckel. Die nächste Farbe. Ja, als nächste Farbe nehmen wir mal direkt die zwei hier unten. Als AB-Farbe. Dann können wir nämlich die AB-Farbe schon mal setzen. Was mir bei den AB-Farben von DAC aufgefallen ist, also nicht bloß bei DAC, aber vor allen Dingen bei DAC, ich sehe, dass wenn ich jetzt mit einem Stift wie dem hier rangehe, wo ich gerade ganz frisch Wachs drin habe, dass mir da das Wachs aus der Mine zieht. Deswegen setze ich diese AB-Farben immer mit der Pinzette. Ihr fragt euch dann wahrscheinlich, warum wird das Wachs aus der Pinzette gezogen bei den AB-Farben. Das liegt halt wirklich an der Beschichtung von den Steinchen, die den Aurora Borealis-Effekt bringen. Oft geht es auch mit Wachs. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Stift nehmt, wo das Wachs schon ein bisschen drin ist, wenn das Wachs schon ein bisschen abgekrabbelt ist, das klappt wunderbar. Oder das klappt meistens ganz gut, sagen wir es mal so. Nur wie gesagt, ich hatte jetzt gerade wirklich frisches Wachs drin. Und ich könnte es jetzt vorführen und euch zeigen, aber A, haben wir gerade nicht so gutes Licht, das heißt, ihr würdet wahrscheinlich eh nicht so viel sehen. Und B, ich habe gerade keine Lust. Das Wachs ist gerade so schön drin im Stift. Und da bin ich gerade einfach ein bisschen faul, das jetzt zu provozieren, das Wachs erst wieder auswechseln zu müssen oder wieder in den Stift rein zu quetschen. So, aber ihr seht auch mit Pinzette lassen sich die Steinchen wirklich gut legen. Es gibt ja auch viele Leute, die statt mit Stiftbilder komplett auch nur mit Pinzette legen. Man kann auch mit Pinzette mehrere Steinchen auf einmal aufnehmen. Vor allem, also das geht aber allerdings nur, wenn ihr Harzsteinchen habt. Acrylsteinchen gehen dafür nicht. Also rein theoretisch könnte man hier die Steinchen auch, ja, ich glaube drei bis vier Stück gehen mit Pinzette. Kann ich euch mal, ich kann es ja euch mal vorführen oder mindestens mal anheben. Aber dazu muss ich mich mal ganz kurz aufrichten. Ich hoffe, man sieht das jetzt im Dunkeln oder halbwegs dunkel, ja, es ist fast ein bisschen zu dunkel. Man nimmt einfach hier zwei Steinchen und hebt sie an. Und wenn ihr das machen könnt, dann habt ihr Harzsteinchen. So, dann könnt ihr euch die Steinchen da draufsetzen. Ich habe dir jetzt ein bisschen Schöpse draufgelegt. Deswegen muss ich es ein bisschen korrigieren. Aber es funktioniert. Es funktioniert auf alle Fälle. Ja, ich suche mir jetzt noch meine Tageslichtlampe aus, dass einfach, wenn ich hier das Paint Fit Me im Zeitraffer weitermache, dass ihr einfach ein bisschen mehr seht als jetzt, weil es ist doch schon ziemlich arg dunkel. Und dann werde ich ins Zeitraffer springen und hier fleißig weiterkleben. Und am Ende seht ihr hier die süße Wasserschuldkröte im Wasser über den Korallen rumschwimmen. Ich bin schon sehr gespannt, wie das rauskommen wird und ja, auch was ihr dazu sagen werdet. Ich bin jetzt schon total verliebt an das Bild und ja, kann es irgendwie kaum erwarten, wenn ich dann richtig mit dem Bild anfangen kann und der Winter am See fertig ist. Ich freue mich natürlich auch noch weiterhin am Winter am See kleben zu können. Ich liebe dieses Bild ja auch. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin vom Kopf her mittlerweile schon viel mehr im Frühling und ja, eigentlich schon wieder auch fast so schon Richtung Freude auf dem Sommer, ja, dass ich natürlich aktuell eigentlich viel lieber an einem Sommerbild kleben würde. So. Gut. Also, die AB-Farben haben wir gesetzt oder die erste AB-Farbe haben wir gesetzt. Hier können wir dann noch die vier setzen. Na gut, die vier mache ich noch mit euch zusammen. Die vier ist dann das richtig helle Weiß. Die zwei, die wir gesetzt haben, das war jetzt ein etwas dunkleres Weiß. So. Ich sollte natürlich nicht mit meiner Hand auf die Klebefläche kommen. Das ist immer ein bisschen unangenehm. Aber aus dem Grund arbeite ich mich eigentlich immer von rechts nach links vor als Rechthändler. Rechtshändler, ja, Händler, ne? Händler. Und ja, normalerweise klappt das gut. Okay. So. Also, ich bin begeistert und werde jetzt ins Zelt drauf springen. Und wenn ich mit der Paint-Probe fertig bin, dann werde ich euch natürlich verraten, ob ich weiterhin begeistert bin. So wie jetzt am Anfang. Viel Spaß beim Lied. Musik 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 Ihr seht, es ist wieder Tag hell. Ich habe gestern die Pintboge nicht mehr geschafft und ich dachte, hier jetzt zu den letzten Steinchen nehme ich euch noch mit. Ich habe ein bisschen viel Steinchen gerade in meinem Schiffchen, aber ich wollte euch mal zeigen, wie toll die aussehen und wie toll die auf dem Schiffchen liegen. Seht ihr das? Und wie die funkeln und glitzern. Also die sind wirklich super top. Also ich habe kaum Ausschuss, sie liegen richtig schön und ich bin einfach nur mega glücklich. Ich bin so verliebt. Ich bin jetzt sehr motiviert, den Winter am See demnächst fertig zu stellen, denn ich möchte dieses schöne Bild hier endlich dann auch richtig pinden können. Am liebsten würde ich direkt weiter pinden. Aber umso mehr ich den Winter am See nach hinten verschiebe, weiß ich, wird das nichts mehr. Und ja, ich könnte den Winter am See zum Beispiel ja jetzt auch für den nächsten, ja für das nächste schlechte Wetter wieder aufheben. Der nächste Winter kommt bestimmt, aber ich habe mir vorgenommen, das Bild fertig zu machen und ich werde es fertig stellen. Wir haben ja jetzt noch ungefähr ein Drittel, glaube ich, vom Winter am See zu kleben. Das kriegen wir hin und ja, wir warten einfach mal ab, wie das so wird. Den Winter am See werde ich dann heute Abend wieder rausholen und weiterkleben. Freue ich mich auch schon drauf. Das ist ja auch ein wirklich wunderschönes Bild. Aber kommen wir nochmal zu dem Bild hier zurück. Es ist traumhaft. Ich liebe es. Meine liebe Judith hat mich auch schon wieder auf ein neues Diamond Art Club Bild aufmerksam gemacht. Das muss ich einfach haben. Es sind meine Farben. Es ist düster und es ist eine Eule drauf. Ich muss es einfach haben. Eigentlich will ich ja sparen. Eigentlich sollte ich auch sparen, aber dieses eine Bild, das werde ich mir gönnen. Und ja, gucken wir mal. Ich habe schon gesagt, notfalls esse ich einfach den Rest des Monats Suppe oder Toast. Oder einfach bloß die günstigste Tiefkühlpizza, die ich finden kann. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber ich werde einfach sonst ein bisschen sparen. Ich bin aktuell wirklich noch ein bisschen stärker am Sparen, weil ich habe eine größere Autoreparatur vor mir. Die wird vierstellig. Und ja, das Geld, das muss ich dann auch haben, wenn das Auto dann in die Werkstatt gehen wird. Ich hatte ja in einem Paint mit mir auch schon erzählt, dass ich ja abgeschleppt wurde. Und das hat halt auch einfach mal 250 Euro gekostet. Und das ist, nee, das ist nicht schön. Also da achte ich jetzt auch wieder komplett anders drauf. Ich werde demnächst übrigens auch öfters zur Arbeit laufen, öfter mal das Auto stehen lassen, weil Spritpreise sind hoch. Und wie gesagt, ich habe bei Arbeit immer das Problem, überhaupt einen Parkplatz zu finden. Wenn ich sehr zeitig fahre, habe ich da Glück. Aber wenn ich dann doch mal ein paar Minuten später da bin, dann wird es schon wieder schwierig. An Tagen, wo ich natürlich einkaufen gehe oder direkt danach in den Garten fahre, muss ich das Auto so und so nehmen, weil dann erst nach Hause laufen, um ins Auto zu springen und dann loszulaufen. Nö, das ist nicht so meins. Aber ja, ich werde mir einfach gute Kopfhörer gönnen und dann mit Musik auf den Ohren zur Arbeit laufen. Spart auch, ne? Einfach mal weniger Risiko, dass man ein Knöllchen bekommt, was wieder Geld kostet. Und vor allen Dingen passen immer solche Sachen wie, dass ich abgeschleppt werde. Ja, passen immer dann auch weniger. Aber ich hoffe, das war nur das eine Mal und dass ich nie wieder abgeschleppt werde, weil das ist einfach ein echt unschönes Gefühl. Ja, aber für 250 Euro, mein Gott, da hätte ich mir ganz schön viele Bilder kaufen können, ne? Och, gute, teure. So. Ja, okay. Wir haben jetzt hier unsere letzten Steinchen, die funkeln und glitzern und ihr seht, wie super die sich auch legen lassen. Also es ist ein Träumchen. Ich habe jetzt auch für die letzten Steinchen das Lightpad ausgemacht, dass ihr einfach ein bisschen mehr seht. Weil sonst tut sich die Kamera zu sehr auf das Licht von unten fokussieren. Das wollte ich jetzt nicht. So, das ist jetzt das letzte Steinchen. Ähm, ich wollte noch ausmessen, wie groß jetzt die Paintprobe ist. Sie ist ein bisschen größer geworden, aber ich dachte, ich mache es wirklich so, dass ich jetzt hier die schöne... Ach nein, halt, da, ein Steinchen haben wir noch. Da habe ich nämlich vorhin, als ich die Farbe weggepackt habe, das Symbol übersehen. Passiert das euch auch so häufig? Ihr denkt so, okay, jetzt habt ihr alle Symbole gelegt und genau in dem Moment, wo ihr die Farbe weglegt, seht ihr sie wieder. Auf jeden Fall geht es mir ja häufig so. Ähm, jetzt ist nur die Frage, da ist mein Steinchen, tritt mir das hier so raus. Ich muss meinen Wachs erneuern. So. Na komm schon. Ach, sei jetzt. Okay. Ja, ich wollte mal ausmessen, wie groß meine Paintprobe jetzt war. Ähm, und sie war, ich glaube, so waren es 19, nee, 18 cm mal 19, ist ganz schön. 18 mal 19, finde ich, ne? Ähm, aber ich bin happy. Es ist so schön. Und hier, wenn man mit den Händen über diese Steine geht, das ist so schön. Da ploppt nichts, da liegt, das liegt alles so eben. Und auch die Leinwand, das ist ja so eine selbstklettende Leinwand. Es ist traumhaft. So, wir drehen das mal so. Und, ähm, ich werde euch jetzt nochmal vom Stativ runternehmen und wir gucken uns das alles nochmal vom Nahen an. Da ist unsere Wasserschildkröte über den Korallen und es ist wirklich ein Träumchen. Wir hatten zwei AB-Farben. Einmal hier dieses ganz helle Weiß, was auch um die Schildkröte ringsum ist. Und dann hier oben einzelne kleine Punkte noch mit im Wasser. Und das ist ein etwas dunkleres Weiß, ein bisschen gelbstichiger. Ja. Schaut euch die Steinchen an, wie super die liegen. Mein innerer Monk ist komplett zufrieden. Die Farben sind eine Wucht. Auch hier unten in den Korallen. Es sieht einfach traumhaft aus. Und dieses Bild lässt sich genauso schön legen, wie die Scary Decades, die wir im Herbst gemacht haben, zu Halloween. Und ich freue mich, dass ich jetzt dieses schöne Sommerprojekt dann haben werde. Und ihr seht auch hier, wie das schummert alles. Also die Steinchen sind top. Auch diese Bilder von Diamond Art Club werde ich nie versiegeln, weil wir ja auch die lebenslange Garantie haben auf die Leinwand. Und egal, welchen Versiegel wir nehmen, diesen Glanz würde es trotzdem nehmen. Und das möchte ich nicht. Das ist ein Hammerbild. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Also ich bin geblättet und würde jetzt am liebsten wirklich direkt loslegen. Da ist hier nochmal die Wasserschildkröte. Ich nehme euch jetzt nochmal mit aufs Stativ und wir tragen dieses wunderschöne Bild jetzt in mein Diamond Painting Logbuch ein, was ich von der Heidi zum Geburtstag bekommen habe. Also das ist jetzt mein Diamond Painting Logbuch. Das habe ich von der lieben Heidi von Craft & Wedding. Ich stelle euch den Shop unten in die Videobeschreibung. Diese Bücher sind immer sehr schnell weg bei ihr. Also nicht wundern, falls ihr jetzt das Video guckt und der Shop ist leer, vielleicht einfach mal bei ihr nachfragen oder immer mal wieder vorbeischauen. Diese Bücher sind einfach wirklich top. Die sind qualitativ so schön. Und ich meine, schaut es euch an. Die Farbe ist absolut meins. Ich bin begeistert und habe mich auch dazu entschlossen, dass ich zum Beispiel keine Snack-Bilder mitten in dieses Buch tue, damit es nämlich nicht ganz so schnell voll wird, sondern wirklich nur so schöne Bilder wie das hier oder andere Bilder von Diamond Painting Deutschland, Evermoment, Diamondo. Also alles so wirklich eher hochpreisigere, größere Bilder. Und ja, dieses schöne Bild. Vegan in Paradise wird das Erste sein, was ich da jetzt mit reinklebe. Das Buch hat 50 Seiten. Das heißt, wenn euch eine Seite reicht, könnt ihr da ganze 100 Bilder katalogisieren sozusagen. Und mir wird da eine Seite komplett ausreichen. Ich habe mir ein bisschen überlegt, wie ich es machen werde. Ich werde nicht ganz so viel aufschreiben. Ich hatte mir überlegt, ich werde auf jeden Fall den Händler, das Bestelldatum, die Größe, Steinart, Farbanzahl, wann ich es angefangen, wann ich es beendet habe und natürlich dann ein bisschen die Qualität bewerten, dass ich dann ein bisschen Überblick habe und dann vielleicht unten noch eine kleine Reihe für Notizen. Bei der Heidi gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich einen kleinen Vordruck mit unterladen kann. Das werde ich jetzt nicht machen. Ich glaube, ich werde hier dabei bleiben. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht mache ich das auch mit dem Vordruck. Ich weiß es echt noch nicht. Wobei eigentlich ist es schon schön, wenn es eigentlich schon so einen schönen Vordruck hat. Ich glaube, ich werde mir den Vordruck mal angucken. Da frage ich die Heidi dann mal, ob sie mir den Zug kommen lassen kann. Und auf jeden Fall ist das schön. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier das Bild einkleben. Ich werde jetzt, dadurch, dass ich mich jetzt doch für den Vordruck entschieden habe, jetzt noch nichts eintragen. Ansonsten weiter. Ich mache jetzt erstmal nur das Bild. Ich hoffe, das ist jetzt gerade. Das schaut ganz gut aus. Ja, und das ist halt das Schöne, dass man halt bei Diamond Art Club hier gleich noch den Sticker mitbekommt. Und was ich jetzt noch mitschreibe, ist, ich schreibe hier noch Weekend in Paradise by Abraham Hunter drunter, damit ich den Titel von dem Bild weiß. Also. Ja, gefällt mir sehr gut. Von der Schrift her muss ich mich immer ein bisschen konzentrieren, denn ich kann eine echt richtige Sauklaue haben. Und ich kann mir auch ganz schnell mal verschreiben. Ich weiß nicht, das hat wieder ein bisschen wahrscheinlich mit meiner leichten Konzentrationsstörung zu tun. Auf jeden Fall kommt da noch eine Bewertung mit rein von der Qualität der Steine und, und, und. Und da habe ich mir das von der Heidi abgeschaut. Die hat eine Sternebewertung und ich habe mir auch Sternchen gemacht. Ich wusste nicht, wie ich es machen soll. Ich habe erst gedacht, okay, ich nehme vielleicht Waschitee und hole mir halt ein schmales Waschitee, wo, ähm, Steine, äh, Sterne mit drauf sind. Aber ich habe keine gefunden online und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war schon wirklich kurz davor, dass ich sage, okay, ich hole mir doch was zum Stempeln. Ähm, dann hatte ich aber nochmal die Heidi nachgefragt, ob sie nicht eine Idee hat. Und sie hat gesagt, ja, ähm, mach es doch einfach mit Wirt, druck es dir aus und nutze einen Stickermaker. Und genau das habe ich jetzt gemacht. Und so habe ich jetzt wunderschöne petrolfarbene Sternchen und werde auch, ähm, die Sachen, die ich halt von 1 bis 5 bewerten kann, mit Sternchen bewerten und mir die dann halt ganz einfach hier mit reinkleben. Ja, ihr Lieben, ähm, ich werde euch natürlich, ähm, mal zeigen, wie das Buch dann ausgefüllt aussehen wird, wenn ich das mal wieder mache. Ich weiß, dass ich es auf jeden Fall jetzt schon bewerten kann, wie die Qualität der Steine und der Leinwand ist. Ähm, einfach nur top. Daher mit Art Club kriegt da bei mir eigentlich eh immer 5 Sterne, außer ich hätte wirklich mal, äh, nicht eine gute Charge oder so, aber DAC ist einfach da wirklich perfekt für mich. Ähm, und ich freue mich, das ist so schön. Ähm, ja, und jetzt gucken wir mal, ähm, ob Heidis Vordruck hier noch drunter passt. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen mit dem kleinen Eindruck und, ähm, dieses Bild, dieses wunderschöne Bild, das werdet ihr wirklich dann im Sommer häufiger sehen. Aber die nächsten Wochen bleibt mir noch ein bisschen winterlich mit dem Winter am See, bis wir den fertiggestellt haben. Ähm, okay, wenn das Video euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und seid ihr neu auf meinem Kanal, freue ich mich natürlich über ein kostenloses Abo von euch und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nächstes Mal hier bei mir auf Toa Fairs Welt. Ähm, danke fürs Reinschauen und ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.